So Jungs, da bin ich jetzt auch an diesem Teich, an diesem wunderschönen, wirklich wunderschön. Ich werde jetzt da so angeln auf die Friedfische, da werde ich dann so auf Hechtangeln, halt mit einem Köderfisch und dort will dann meinen Vater auch angeln. Mal gucken, was so heute geht, also andere fütter ich mit diesem Futter-Mix. So Jungs, da bin ich auch schon wieder, ich habe mir jetzt meine drei Fische zusammengefangen, leider habe ich vergessen die Kamera mitzunehmen, also meine drei Köderfische, das sind die Fische, hoffentlich seht ihr sie, da und da. Ich kann euch ja mal einen zeigen, vielleicht kriege ich mal einen auf die Schnelle. Das wird schwer, aber hier habe ich einen. So sehen die aus, Plätzen sind das und darauf werde ich mit Köderfisch angeln. Ich werde jetzt erstmal weiter angeln sozusagen, ganz normal und ja erstmal weiter mit Fiedern sozusagen und dann abends, wenn die Sonne untergegangen ist, jetzt ist sie noch so ungefähr, ja noch nicht ganz untergegangen und dann werde ich auf Hechtangeln mit diesen Köderfischen. So Jungs, der nächste Fisch ist da und der wird natürlich freigelassen und das ist auch schon weg. Ja, warten wir, bis die nächsten Fische kommen, nehme ich auch für euch auf. Bis gleich! So Jungs, ich habe das mal ausgeworfen. Da ist meine Pose, was mich interessiert, wie das aussieht ungefähr. So ich mal so ein bisschen ran und dann macht man immer so, mal gucken, ob ein Biss kommt. Bis? Das sieht so aus, ich klaffe nochmal aus. Ja. So Jungs, nächster Fisch. Cool, ich lasse ihn auf jeden Fall jetzt wieder frei und dann sehen wir uns beim nächsten. Jungs, da ist auf jeden Fall der nächste Fisch. Ist ein klein bisschen besserer. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten. So Jungs, da bin ich auch wieder. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt erstmal keinen Fisch mehr gefangen. Ich will jetzt noch nutzen, bevor die Sonne untergegangen ist. Ich fange jetzt nochmal mit Gummifisch und einem Carbonverfach und dann gucke ich mal, ob ich einen Barsch drauf bekomme. Wir sagen, vielleicht fangen wir nochmal einen Barsch. Wenn nicht, dann sehen wir uns, wenn ich die Hechtmontage fertig gemacht habe.